Was machen wir heute? Fallschwimmspringen. Fallschwimmspringen? Das erste Mal? Ja, ich war schon mal hier, aber dann wurde es abgesagt. Dann deine letzten Worte an dein Family. Ich liebe euch. Tschüssi. Okay, ich wünsche dir viel Spaß. Springts amal. Ciao, viel Spaß. Der hat sich angesprochen. Kannst du sagen? Drei Mal. Gar nicht. Drei los. Nein. Drei Mal. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018